Moin zusammen! So, ups, was ist hier passiert? Monsterarmee, Bunker, Gebiet betreten. Die ursprüngliche Heimat der Monsterarmee wurde längst zugunsten des Bizarre aufgegeben. Tja, und da seid ihr auch raus, Freunde. Gucken wir mal, was bei euch zu Hause so ging. Auf jeden Fall muss ich Scotchmo endlich auf Level 7 kriegen für die ganzen Tresorgeschichten hier. Cinemaverieté, Monsterarmee, Bunker. Oh Gott. Computerhacker, Level 4. Ah, das sieht so aus, wenn man das hier nicht schafft, dass man hier hinten rumschleichen muss. So, Doc, geh da mal ran. Äh, nein. Braben möglich. Cool. Zwischen Geld und Zigarettenstummel. Computerhacken, Schlossknacken. Obwohl, Schlossknacken? Hier, Scotchmo kriegst du Erfahrungspunkte für, ne? 25. Und beiseite. Okay, da sind Roboter. Computerhacken können wir trotzdem noch machen. Okay, mal gucken. Vielleicht kann ich da drin ja irgendwie... Und die Tür ist wieder zu. Okay, mach auf. So, Alice bleibt hier oben auf der Stufe. Geht in Deckung. Steel. Äh, Doc muss auf jeden Fall gleich mit rein. Lucia auch. Siegewelke. So. Geh's mal hier vorne hin. Lucia ran. Okay. Nein. Und gültiger Kampfzustand. Gültiger Kampfzustand. Okay, Lucia geht dahinter. Scotchmo geht dahinter. Steel ab nach vorne. Kampf hat begonnen. Ähm. Okay, dann beginnen wir mal. Roboter-Erfolg. Ja, laufen wir da hin. Miner. Nimm mit den Punkten in die nächste Runde. Wow, was war das? Wow, shit. Lasertürme. Das ist ganz schlecht. Reparieren. Fehlschlag. Okay, mein Siegewelpelt ist... Äh, ja. Greif den Turm an. Ja, ernsthaft? Ein Schuss, du musst nachladen. So. Kriegen wir den übertaktet? Eine Runde. Klingt ab. Das ist schlecht. Ich laufe mal da hoch. Schieß drauf. Strimmungsschlag. Kann mich nicht ran. Mach weg. Quot. Kaputt. Der war gut. So, Lucia. Durchdringen. Auch kaputt. Sehr cool. Ab nach vorn. Scotchmow. Nicht genug AP. Das braucht auch vier Punkte. Großflächige Strömung des Todes. Ist das ein Müllhaufen? Okay. Wunder mich, dass das Fass hier so... Ich dachte, das wäre ein Explosiv ist. Außer Reichweite. Außer Reichweite. Außer Reichweite. Die PU lässt das Ziel durchdrehen und seine Verbündeten angreifen. Oh ja. Oh ja. Okay. Das war's. pickt euch in den Steinmotor ah der Papagei ist witzig ok und er ist fast tot ganze Hacken gehen da ja ist er wieder feindlich oder was ist damit los scheint so aus der Reichweite kaputt oh ne nicht auf Polly das ist nicht gut so ist gut Einzelschuss so einmal sammeln hier oh ein Toaster ist da so alles rein und Doc muss einmal heilen ausrüsten so schauen wir uns hier mal um Eingangsbereich Gutpunkt Zielfernrohr so und den Toaster können wir auch reparieren Der sinnliche Toaster am Wissensbuch verklebt mit den Erzeugnissen enthusiastischer Nutzung sieht das Ding aus wie eine Sexanleitung außer dass alle Abbildungen explizit die Zeichnung eines Toasters sind na ganz lecker Toastboy Toast haben wir da rausbekommen Taschensägewelpe DiscoBot und ein bisschen Geld ähm ja wo gehen wir zuerst lang ich glaube hier einmal rechts durch gehen wir mal die Tür aufmachen gucken wie es dahinter aussieht hier war soweit alles oh Falle gefunden ja Bomben schärfen leuchtender Schleim okay stopp stopp zurück 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 alle zurück das war knapp fast in die Mine gelaufen so da ist ein Computer noch ein Computer ein Schalter und es scheint so eine Art Kommandozentrale zu sein dahinter Spiel gespeichert Tür aufmachen oder nicht aufmachen komm aufmachen oh shit großer Sägerund 631 Lebenspunkte ich weiß nicht ob ich den übertaktet bekomme hier 631 Ereml 632 0 0 0 0 0 0 513 mit dem ersten Schuss Okay Jetzt ist das Ding gleich durch Wer hat denn hier Schockwaffe? Laserpistole Die war ganz gut gegen Roboter Nochmal 90 Und Ja komm Scorchmo mit Schrotplinte Wer ist das hier? Nerdkram 8 Schade, kriege ich nicht gehackt das Ding Laserstrahl Schade, ich dachte da wäre ein geilerer Scheiß bei Was ist denn hier los? Sag mal Hm, okay Muss ich über die anderen Räume wahrscheinlich Scheide umlegen, damit hier die Laserbarriere ausgeht, so nach und nach Warte entdeckt Und hier ist eine Sackgasse Zum Glück keine Bombe drinnen 3006 Munition Super, Verbandkasten und noch ein Schalter Jupp, noch einer aus hier hinten So, Sprengstoffstufe 5 Auch aus Zwei Fallen Schrappnil Schrappnil Zwei Stück Blösserknackstufe 5 Einmal für Scorchmo Da drinnen Experimentelles Dead Eye Zielfernrohr Ach cool So, noch eine Bombe hier Laser Stolperdraht Und ansonsten ist auch hier Sackgasse Die Maske des Wolfs Gazettenbund Look, I know what you're thinking It's a fucking Time Store mask A kid's toy Am I right? Here's the thing It ain't about the fake fur Or the rubber teeth It's what's behind the mask That scares the shit out of people You put that mask on And you're invisible You can do anything And I mean Anything When they look at you They may not see the monster at first But they will It's just a matter of time Now put that fucking thing on It could scare the shit out of some people Okay Bring 43% Heilung Dann mach das mal auf dich Und auch nochmal einen auf Scotchmo Und auch hier ist eine Sackgasse und ein Schalter Ah, Müllhaufen Ordentlich Schrott Fokuskristall, Herstellungskomponente Sieht aus wie ein krasser Photonspalter Noch ein Rotpunkt Zielfernrohr Schlossknacken, Level 7 Ach Mensch, Scotchmo Wie viele Punkte noch? Knapp 400 So, wo ist Alice? Alice Du rennst so ein bisschen vor Der Rest hinten dran Wie gewählt Bombenhüpfer Was ist das denn für eine Scheiße? Einmal schnell speichern Und rein in die gute Stube Alice Schießt da hinten drauf Damit So Sind jetzt alle aktiv Oder wie sieht's aus? So Hacken Übertaktet Da ist das LS Gut Stohle auspacken Mit zwei AP reinlaufen Und Schoss Bombenhüpfer Ich hoffe ja, der geht auf den Segewelpen hier Hast nichts getroffen Toll gemacht Abwehr So, Lucia Du brauchst drei pro Schuss Eins Kaputt Okay, noch besser Äh, vier Schuss Also für drei Laufen Bis da Brotflänse Sehr gut 78% 68% Nur noch Junge, das hast du dir selbst eingebrockt Oh shit, nicht dazwischen Alter, die leben alle noch Ein Lebenspunkt Ein Lebenspunkt Ein Lebenspunkt Wow Fast alle tot Okay Nutzbare Gegenstände Heilung 100% Auf sich selbst anwenden Du kriegst einen Toast Du kriegst einen Toast Der Doc kriegt einen Toast Nur auf sich selbst anzuwenden Und auf dich selber So Gib mal ein paar krasse Mahlzeiten Ich hab mir schon gedacht, dass der Explosionsschaden nicht ohne ist Aber dass der fast alle killt Hätte ich jetzt nicht erwartet So Schalter Ups Schalter schon mal betätigen Rüstungskiste Level 15 Panzerung 6 Panzerung 5 Panzerrüstung Okay Gegengift Ach cool Irgendwann schon Medizinkram Äh Pause Du hast Rüstung 7 Haltungsrate 10% Blödich Stärke 6 Panzerung 6 Soldatenrüstung Panzerung 5 Guck mal Panzerung 6 Ohne Ohne Einschränkung Stärke 4 Panzerung 6 Wann war Immer noch Zu viele Erfahrungspunkte Die Scotchmob auch Aber Wofür war eigentlich der Stromgenerator hier Auf der Innenseite Wahrscheinlich um die Tür zu öffnen Aber die anderen gingen ja auch so auf Ausgeschaltet Eingeschaltet Ja ne Sonst wären wir da wahrscheinlich nicht durchgekommen Zunespunkte gut ernährt Alles plus 1 So Hier sind wir auch durch Eingangsbereich Keller Kontrollraum So Nochmal Speichern Konditionskiste Alkoholkiste Alkoholkiste Hey Scotchmob Stromschlaghund Bohrhund Bohrhund Okay Alle Mann rein hier Das wird toll jetzt Der Kampf Nicht genug AP Ach kostet 4 Ah ich Idiot Letzte Mal Ne Junge So Rein an den Rand Dock Kannst du die Hacken 8 8 8 Schlecht Gewagter Schuss Befrorender Frettchenwerfer Versuchs mal Widerstand Gegen eingefroren Schade auch Ab nach vorn Strömungsschlag Erwischte Beide Filmrollen Oh die will ich eigentlich nicht zerstören Seesack Okay dann schieß einfach so drauf Lucia Wesson Oh hier CBU Wess das Ziel Durchdrehen Verbündeter angreifen Oh shit Okay Immerhin Bringt die Laserpistole Ein bisschen was Scheiße Fehlschlag auch noch Der Zug der Verbündeten Schade dass er sie nicht wiederbelebt hat 5 AP Randa Merde Maschinenturm Ja egal Schmeiß raus die Dinger Dafür sind sie da Und Entdeckung BPU So Er greift dann hoffentlich Hier oben gleich wieder an So Alle Mehr Punkte Oh ja Kaputt Nee noch nicht ganz Aber fast Entdeckung Und er kann auch nicht mehr schießen Ne Kaputt Sehr geil Das war Fendly Fire Wannst du denn hin Hallo Hallo Oh Düssel So Alice 13 Punkte Keine Munition Ja gut Dann wechsel mal Kaputt 401 Reins Okay Cool Scotchmoor erstmal in die Alkoholkiste, richtig Ähm, was ist hier los? Keine Munition mehr. Nachladen. Okay, da ist alles nachgeladen, auch nachgeladen. Nachgeladen, nachgeladen, okay. Dann war es nur, weil er die Nahkampfwaffe gerade ausgewählt hat. Ran an den Müllbauhaufen. Optischer Sensor. Seesat. Patientenpiers, gruselige Puppe. Kein Panzer schützt vor seiner Tücke, denn Piers braucht nur eine kleine Lücke. Panzerungsdurchschlag. Plus eins. Verliert allen Truppmitglieder einen Bonus. Ja, geil. Patientenpiers. Was gibt's denn da schöne? Beschichtete Fahrzeugpanzerung. Ach, nett. Sprüher, Herstellungsrezept, Splittergranate, Ödler und Sturmgewehr, Munition, irgendeinen Griff. Und die Filmrollen. Der Film auf diesen Rollen scheint beschädigt zu sein. Hoffentlich kann etwas davon gerettet werden. Zu Eidolon zurückkehren. Und? Ja, nicht ganz. Hat's gereicht. Komme ich denn jetzt hier raus? Ja, hier links abbiegen. Ab nach oben. Okay, dann ab zum Kodiak. Yes. Zurück zum Bizarre. Und ich glaube, ich fahre obenrum hier. Das ist die Garten. Und nix. Ja, darf ich rein? Bizarre-Innbereich. Bizarre-Inbereich. Okay, so, auf Wiedersehen. Guck mal nochmal, ob er hier was zu quatschen hat. Charlie knows. Ne, hat nix mehr. Wowrex müsste hier ja auch raus sein. Ja, deine Spezial-Ausrüstung kann ich eigentlich da mal verkaufen, ja? Rüstung. Verkaufen. Benötig Stärke 6. Panzerung 9. Die nehmen wir nochmal mit. Stärke 4. Weg. Taktische Beinpanzerung. Stärke 3. Weg. Was ist das für ein Helm? Weg. Taktische Panzerung. 5. Warte mal. 6. 6. Das geht jetzt auch 6. Okay. Inventar-Anzeigen. Äh, wo war das? Helmpanzerung 5. Treffer-Chance 5%. Genau, stimmt. Der Helm war neu. Den noch nicht verkaufen. Treffer-Chance 6% Wahrnehmung. 1. Panzerung 3. Okay. Panzerung 4. Panzerung 5. Treffer-Chance 5. Okay, schließen. Muss ich so nochmal gucken. Panzerung 4. Kritische Chance. Ja, der ist verbessert, ne? Hast gedacht. Panzerung 4. Ja, harte Hund plus 1. Treffer-Chance 6%. Nahkampf- und Fernkampf-Schadensbonus. Naja. Sonst kriegt sie einfach mal den Helm hier. Soldatenhelm. Treffer-Chance. Und der wird zerlegt. Geht das nicht? Äh, die können wir zerlegen. Aber Helme nicht zerlegen. Geht er nicht aus. Schade, okay. So, verkaufen. Der Rest behalten, ja? So, Steel kriegt noch was Neues zu schmeißen hier. Nutzbare Gegenstände. Irgendwas mit Mechanik. Laserturm. Instant-Disco-Bot. Zerstört sich selbst, wenn der Kampf vorbei ist. Taschen-Säge-Welbel. Nimm mal so einen. So, du könntest eine Splitter-Granate gebrauchen. Gut, hier ist hier die Schrumpf-Granate. Gasgranate. Gaswolke. Alles im Umkreis vergiftet. Okay, nett. Die sind irgendwie total überflüssig. Konfetti-Granaten. Vielleicht kann ich die später noch in irgendwas verbasteln. So, Molotow-Cocktail. Er auch. Warte mal, Handgranate weg. Herstellung, da war doch was. Granaten. Konfetti-Granate. Dafür soll man eine Splitter-Granate opfern. Schrappnell-Granate. Zwei Stück. So, Benutzbares. Und Schrappnell. Wo ist sie? Darcy. Sehr cool. Gut, dann gehen wir mal den Auftrag hier ab. Darcy. Heidi Long. Wir haben die Filmräume aus dem Bunker, aber sie sehen ziemlich beschädigt aus. Oh, Monster-Armee. Plus 5. Derzeitiger Rang. Gehasst. Kannst du die noch verwenden? Kriegen wir noch unser Geld? Die waren... Das waren schon die einzige Filmräume. Sie hält die Filmräume ans Licht. Ein Auge zugedrückt. Die Zunge aus dem Mundwinkel. Bitte sehr. Nicht, dass wir weitersuchen sollen. Kannst du dich beeinflussen? Ja, wie lau dir das Urteil? Well, I won't lie. They aren't exactly what I was hoping for. But we can salvage this. So here's what I'm thinking. The film is falling apart. And I can't get a full show out of any of them. But I'm seeing bits and pieces that we could totally use with a bit of imagination. What? Let's examine the reels together and we'll come up with a story worthy of chicks flicks. Here, look at these. Do you see a good main character? Sie hält einige beschädigte Filmausschnitte ins Licht. Wir sehen einen Mann, der von einem Felsbrocken wegrennt. Er hat einen Hut und eine Peitscher. Wir sehen zwei Polizisten. Einer ist älter und hat einen Schnurrbart. Der andere hat eine herrliche Fokuhila. Wir sehen einen barfüßigen Mann in einem Tanktop, der durch ein Bürogebäude schleicht. Und das will es, oder was? Ja. Ein Mann, der von einem Felsbrocken wegrennt. Eine Hut und eine Peitscher. Das ist Indiana Jones. Zwei Polizisten. Einer ist älter und hat einen Schnurrbart. Der andere hat eine herrliche Fokuhila hier. Mel Gibson und Danny Glover. Da, wie hieß es noch? Lethal Weapon. Und dann noch ein barfüßiger Mann in einem Tanktop, der durch ein Bürogebäude schleicht. Das ist Stirb Langsam. Der erste, glaube ich, sogar. Hm, vielleicht versucht er, um die Schäden zu schlafen und er hat ihn gespottet. Aber nicht mit einem Garten. Nein. Plottwist. Die Person, die ihn bespottet, ist sein alter Lieber. Und ihre Passionen rekindlen sofort in ein leute Office-Sex. Okay. Das ist ein großartiges Setup. Aber wir müssen entscheiden, wo es stattfindet. Hier, schau über diese Reels. Okay. Ein Auto rast, eine Straße hinunter. Ein Blitz schlägt ein. Das Auto beschleunigt auf eine haarsträubende Geschwindigkeit. Wüsste ich gerade nicht. Da ist ein Holzschiff. Ein Piratenschiff versteckt in einer Höhle mit einem Schatz. Sieht aus wie eine Art Militärflugakademie. Mal das Auto. Okay. For the piece de resistance, my lovelies. Some of these old reels still have semi-legible labels. Give it your best shot. Sex me up a title. Romancing the bone. Fuck loose. Go trust us. I mean, that's kind of weird, but hey, I'll leave this one up to your good senses. Kind of weird, da musst du gerade sagen. Oh, I see you have some beauties of your own with you. What do you think? Could one of your gorgeous friends star in our premiere? Wouldn't be long, I promise. Wie lange ist unser Anwesern... Wie sieht es aus wie hier? Scotchmo, willst du ein Star sein? Huh? Oh, sure. Why not? Uh, what are we doing? See you, my friend. Some would just see a smelly hobo. Me? I see raw, untapped charisma. Panache. A job well done, you. Okay, everyone. Places. Our audience awaits. What's that? A script? Darling, we don't need those. Oh, Gott. Was habe ich gedacht? Yeah, yeah, yeah. I got a tough... Wow, that was something, Rangers. Don't ever let me forget for... For... Uh, uh... Uh, what were we talking about? Er hat es schon wieder vergessen. Er hat es immer noch. Darinverzierung freigeschaltet. Okay. So, wir sind... Äh, nicht alle ein Level hoch. Noch 13 Erfahrungspunkte. Ich glaub's ja wohl nicht. Aber Doc ist ein Level hoch. Koordination, Glück, Achtsamkeit... Warte mal, was brauchst du für deine... Automatischen Waffen? Koordination, Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit. Ich könnte natürlich auch Stärke nehmen und dann hier die Fünferrüstung, ne? Nötig Stärke 6, Stärke 5, Panzerung 7, Panzerung 6. So. Gehst du auf einen Stärke hoch? Oder mach ich das mit Scott? Nee, das mach ich mit Scott Schmuck, glaub ich. Der geht dann auf 6. Aber er kann auf 5. Das macht auch nix. Yep, bestätigt. Nötkram 7, bin ich bei 8. 8, Völkte Wissenschaft, 6. Dann warte ich mit diesem einen Punkt. 4 Punkte. 3, 3, ja. Da warten wir mit. So. Panzerung 7, Panzerung 6. Ausrüsten. So, dann verkaufe ich mir noch die eine Panzerung und dann... Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Nötig Stärke 6, Stärke 4, okay, verkaufen. So, yo, raus hier. Was hätten wir denn für eine Mission für das nächste Mal? Händers Todes, Gefangenen, Ironclet vor Dive befreien. Dafür brauchte ich allerdings Nerdkram, Level 7, glaub ich. Den hat er jetzt. Könnten wir machen. Warte. Fertigkeiten. Nee, Quatsch. Äh, Missionslog, da wollte ich rein. Der Eiferer. Nach Denver reisen wir die Hauptmission. Steel Town ist um die Ecke. Händler des Todes. Oder ich fahre einfach mal ein bisschen rum hier und gucke, ob ich noch ein paar Punkte kriege. Und sobald Scotchmode dann auf Level 7 ist, kann ich auch wieder die Schlösser knacken bei den anderen Orten, wo ich eben war, wo es noch nicht ging. Ja, schauen wir mal. Viel Spaß bei denen. Bis bald. Und ciao. Bis bald.